Ich bin ein Vokalheld! Singing with children is really important for lots of different reasons. There are all sorts of health reasons, concentration reasons, all sorts of ways of bringing children together to do something together. Wir sind die Vokalhelden! Die Vokalhelden sind drei Chöre aus Hellersdorf, Moabit und Schöneberg. Wir proben dann da Stücke, machen Stimmbildung. Vokalhelden hört sich ganz wahnsinnig großartig an. Das Heldenhafte ist einfach, dass diese Kinder sich trauen. Dieser Chor ist ein Instrument und diese Kinder sind alle, jeder einzelne, unglaublich wichtig, damit das genau so klingt. Wir treffen uns hier, weil wir natürlich alle gern singen und weil wir darüber hinaus nicht nur die deutschen Kinderlieder singen möchten, sondern auch aus Nachbarstaaten. Und jetzt haben wir eine Sammlung zusammengestellt von ca. 20 Liedern und wir werden hart daran arbeiten. Dann werden wir ins Studio gehen. Heißen soll das ganze europäische Kinderlieder. Vor der CD-Aufnahme habe ich ein ganz kleines bisschen Angst. So ein mini-bisschen, das man kaum nicht sieht. Ich hatte jetzt überhaupt keine Ahnung, wie man das alles ausspricht. Ich habe das eigentlich alles von Aileen gelernt. Das war jetzt Aufnahmerei. Wir produzieren das Buch mit den Liedern und da gibt es in dem Buch eine Mitsing-CD. Also jedes Lied wird einmal ganz kurz vorgestellt mit Melodie und Harmonie. Und dann produzieren wir jetzt eben diese Lieder-CD, wo wir diese 20 Lieder etwas ausführlicher darstellen. Keine Angst haben, wirklich. Lieber mit Schmackes daneben als vorsichtig richtig. Genau. Achtung! 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 Okay, die Fehlerchen können wir rausschneiden. Danke! Zweite Truppe. Zum Körper und so auf die Seite drehen. Die Tretze? Ja! Ja! Kamera! Kamera! Gucken! Du bist hier oben. Vielleicht habt ihr schon gesehen. Wir machen Fotos. Die sehen so aus. Das wird das Buch, für das wir das machen. Da liegen alle auf dem Boden. Die Geschichte von dem Lied ist, dass eine Person herumreist. Er fährt übers Meer. Zu Hause ist es am schönsten und dann immer wieder zurückkehrt. Auf die Plätze, fertig. Yeah! Genau! Guck mal, hier bist du richtig schön im Boot drin. Hier kommt nachher diese riesige Welle hin. Und mit dir sind wir fertig. Und jetzt möchte ich richtig toll singen können. Weil ich singen sehr gerne mag. In 20 Jahren werden es in dieser Stadt ein Millionen Kinder singen. Und das ist, was für mich wichtig ist. Es kann sein, dass wir berühmt werden, aber es kann doch nicht sein, weil wir sind ja nur Philharmoniker. Ich glaube, wenn das jetzt für die ganze Welt, also für ganz Europa ist, dann denke ich, die Ideen werden auch verschickt. Aber das weiß ich jetzt halt nicht. Wir sind's, dass wir auch in der Schule sein können. Wir sind's, dass wir da sind, oder wir sind? Wir sind's, dass wir uns nicht wahrnehmen. Wir sind's, dass wir uns nicht klar machen können.